so jetzt der eigentliche plan war ja mal zu gucken wegen rucksack gab es ja noch was einen besseren findest du auch nicht alles nur so eine bunten sollen wir runter in die base mal gehen dann sagt er so ein gesack hat so ein gesack hat er verschwindet immer wieder ja lila ich habe mich weg die zum schule anfangen ich versagte mich also weißt du wie man von hier nach altar kommt also ich weiß gar nicht das sagt mir überhaupt nichts da wo die base ist oben oben hochgehen ach so wenn du hier genau stehst also in diese richtung stehe da hinten siehst du doch die baumreihe da hinten die der hochführt so das ist doch so feldweg oder komm wir laufen mal hoch jetzt da hinten und dann weiß nämlich auch was lang geht hat ja kein platz wie gesagt ich bin vor uns bis im dunkel hingelaufen das sieht jetzt im hellen wieder aus als wenn du den schrottplatz hier findest dann da hinten die baumreihe darauf zulaufen und dann bloß gerade hoch dann kommt es genau darauf zu das kannst du nicht abschneiden so hunting backpack wäre natürlich was feines hör doch hast aber noch ja hab ich noch bin hier genau welche er will irgendjemanden mit zur military base kommen mal da unten ich werde bei aber ich mache es mal auf uns lachen wegen weil ich brauche die ak weil ich brauche mal wärst du böse wenn ich dieses pinke bandana nanuki schenk ja na gut der wird ganz böse hier komm her hier diese baumreihe meine ich so eine doppelreihe und genau die sind dazwischen durch hoch dann kommt es genau da an was sind das devils castle oder was nee nee ist das nicht altar nennt sich doch nicht aber wie gesagt das kenne ich nicht wie gesagt habe ich damals auch verwechselt ich habe die auch damals zu anfang gesucht wo ich das erste mal mit ihnen gespielt habe und da bin ich auch devils castle hoch ja ich muss mich erst mal ein bisschen orientieren das ist schon eine ganze weile her ist ein paar monate her seitdem ich gespielt habe das letzte mal hat schon echt viel getan dann gib mir das auch habe ich den scheiß nicht mehr was soll ich dir geben hat mal einer so einen bunker entdeckt was soll ich dir geben was willst du haben habt ihr was dahin gelegt hier liegen sie hier liegen sie ja soll ich da nicht ja 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 man bei den ländern geht ja gar nicht drüber blö scheiße schaut ja schlimm aus yves du verunschstalltest mich hier es tut mir sehr leid aber so kann ich nicht rumlaufen Hast du was verloren? Sollst du ja nur der einen da geben Doch ich soll ja beides geben Nein, nur die Mütze Nur die Mütze Was jetzt, das darf ich ihr schenken, aber das ist bei Lena nicht Doch, kannst du auch machen Mir ist das voll egal Danke Also ich weiß es wirklich zu schätzen, was du da nicht gedacht hast Aber ich bin nicht so der Achtung, Zombie Pinke Wie ist das denn? Ab dran Ja Wer ist da im Clare? Ist hinter mir der Zombie? Ich halte dich auch gleich ab Uwe Hey, mein Rucksack Uwe Soll ich? Die ist schon wieder nicht geladen Ab Ja, der Uwe klaut einfach mein Rucksack Ja, mein Rucksack Das verlinkt du da hinten Dann sollte ich nicht vergessen, deine Rucksack zu laden User left your channel Guck mal Uwe Ist einer oben, Alter? Ja Was soll ich gucken? Die kommen nicht hoch Wo ist der nächste Bug? Wo ist der nächste Bug? Jetzt? Ich mag die nicht die Waffe Wer ist das denn hier? Was? Was? Hat er denn Säge dabei? Ne, ne? Ja Ich habe die nicht da Braucht jemand hier 22 22 15 Rounds 15 Rounds Yves, komm mal raus mit deiner komischen Waffe da Ich schmeiß die mal hier her Wenn jemand braucht nimmt er sich weg Hieß dein Bus um, komm Oh, Stefan ist da Bin doch schon wieder da Stefan Ah, geht nicht, ja? So geht es Ja und, dafür habe ich den Schuss Aber, was wollen wir mit meiner Shotgun rum? Ist meine Shotgun Hat jemand 45 schon? Was? Wo ist denn die AK? Ich weiß ich denn nicht Uwe Ich denke die war noch ein Blacher Ja, die habe ich mal aufgenommen und dann habe ich mich eingeloggt und weg war sie Was brauchst du? 45er, das hat diese ACP Uwe Ja, für meine P1 Was? Muss ich mal gucken Du hast doch eine Mosin, ne? Nein Wie nein Nein Uwe hat da auch keinen Das ist einfach auf dem Boden Muss ich mal meine Hosen nachgucken Was ist denn jetzt eine, habt ihr irgendeine Shotgun für mich oder nicht? Ja, ich habe die Shotgun Ich denke, will ich wieder geben Wer hat hier eine Mosin? Schmeiß die halt mal runter Ich habe eine Okay Schmeiß die Munition raus, gar nicht Ja, ich habe die Ja, ich habe die Ja, es ist ein Shotgun Was ist denn das hier? Und die Meppenflashlight Brauche ich nur ein Segen Hier, brauchst du auch noch Munition dazu? Ja, habe ich genug Ja, ich brauche sie ja auch nicht, Mensch Was soll ich denn damit? Warte mal Warte mal, vielleicht habe ich noch Platz in irgendeiner von meiner Westen Warte mal, vielleicht habe ich noch Platz in irgendeiner von meiner Westen Na, gucken Full AD Ja, da, da habe ich noch Platz Da ist mein Partner hinzu He Jetzt habe ich diese Taschen, da habe ich eine Taschen voller AK Munition und keine AK zu ja deswegen ja die lach ja im camp stefan das hast du doch gesagt ist das die munition die du brauchst kannst du nehmen ich hab grad kein glatt stotterkit uwe meine stiefel sind schon wieder im marsch ich raff es nicht du läufst zu viel oh tatsächlich hört mir ab meine sind jetzt auch geworden dann empfehle ich mal bei jogging boots ja mit diesem leder kit kann man die damit ja dann oder ja ich glaube schon oder ich weiß nicht mal gucken warte mal ich hab noch ein wenn da jemand was braucht man ich glaube ich habe irgendwo noch ein hier so noch das ist ein bisschen neeset nein neeset nützt nix und leider neen geht hey wer ballert denn hier rum ich muss ja mal da ist ob die überhaupt geht das kribbelst ding ja wenn die hast du von mir gekriegt warum soll die dann nicht gehen das ding ist ja nicht immer sein sie ist unsichtbar ach stimmt doch gar nicht das hat von mir ja ja was die shotgun die hab ich doch gerade drüber geschmissen ja die hab ein ding nicht sein ne ja dann muss ja meine auch noch hier rumliegen nein ich hab es genommen hehehehehe achso dann müssen sie sich auch was ist denn das hier Stuntbaiten das ist noch eine Taschenlampe oder was Stuntbait ist ein Zuschlaghausstock achso ja der musste ausfahren vorher ne ja hier ich hab auch noch wie gesagt 22 Munition hier hergeschmissen keine Ahnung wer die braucht ich kenn die doch gar nicht die ist neu oh shit man geh nach oben musst du mir genau entgegen kommen auf der Treppe ich in einer schwarz verkleidet na schwarz find ich nicht nein Stefan war eben vor mir pssst ab nach oben geh nach oben so jetzt kommst du hinunter hinunter nicht auf dem Ding entlang ja das war jetzt keine Absicht Tiki 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 kann man dann eigentlich zwischen gehen und Dinge zu umschalten meiner geht nur noch ja ich drücke halt zweimal ein Pfeil nach oben und dann geht er ab wie ein Pfeil warte bei mir gar nichts ja die mir gelbe Regenjacken das ist es pfff und noch einen gelben Bauhelm ja jetzt kommen sie wir haben Besuch Paiser ja weil du so blöd hier rumpa lässt ich war es nicht naja dann will sie ja keiner gewesen sein naja dann will sie ja keiner gewesen sein ich bin es nicht naja ich war es nicht ja und der Eve und der Eve und der Eve wer wollte diese militärische base ich eigentlich wollen oder was ja will noch jemand mitkommen keiner lebensmüde ja da musst du mir schon nach rennen wo bist du da wer ist denn hier drin im haus da bist du im haus ich bin nicht im haus ich stehe vorm haus ja mit dem weißen in deinem komischen helden ich bin eigentlich pvp spieler eigentlich eigentlich mag ich das mixed game wir haben die zusammen gespielt deswegen axel du kannst ein pvp spiel nur auf dem seifer nicht du musst nur auf dem fremdseifer ich habe das gefühl wenn wir in die military base gehen muss er sie schon nur hier ist weil zuerst schießt ist pvp spieler und das wollen wir nicht ist richtig ich verteidige mich bloß das recht angriff ist die beste verteidigung stefan du wirst du hast keine waffe doch natürlich hat sie doch ja klar ich ne warte so weit kommen wir suchen sägen und sägen die dinge ab ich habe keine zweite waffe ja die ist aber gut für zombies wenn sie abgesägt ist gemächtige schilder meine leute ich habe langsam zeug hier beim mit mir rumlaufen ja ja bitte ziel mit dem ding nicht auf mich drückt mal drückt mal jetzt die eh die linke maustaste bitte wir gehen nach korka und dimmi wo rennst du hin vom see wo wir rennen wer ist das jetzt im cs der vor mir läuft der nico wer ist hier in blau ach nico alles noch der hat den blauen helm ein blaues hemd übrigens stefan und seinen vertrauen damit dein mit deinem puls wieder runter kommt ich habe mal das ex vorne weg gemacht ja ich will ja du nicht dass du heute abend noch mit dem herzkopf verschubst das sieht einfach ich seh das für die community wie sieht denn das aus ex del dich mit dem blauen helden kenne ich immer nur mit dem burka helden also die farbenspiel ist ja da haben wir ja also wenn du jedem hinterherlaufen musst rät er ja hosenhaut ich will überhaupt jemand hinterherlaufen ich bin da stehen geblieben wenn ich das irre gemacht habe dass jeder im kreis rennt ich bin nicht im kreis gerannt du bist stehen geblieben also die karte kann da nicht nicht mehr vergrößern da ausgedruckt vergrößern ist schwieriger nein ich hab dir jetzt in einem overlay drin spatzl da wo das klo ist in die richtung läufst du Stefan? ja kommst du wieder zurück? nein ich komm nicht zurück ich soll es jetzt lernen nach Gorka oder was? ich lauf nach Gorka jetzt ich warte aber hier also ich bin unten auf der richtung nach Gorka ist doch von hier von eurem altar nur so 5 minuten weg oder so ne nett aber ja hi guys wir hier Alexander Stefan? Alexander ist wieder da hi Alex naja hi where are you? ähm in der Basen wo er ich weiter zurückgekommen die jacke aus hat das keiner gesagt ja das problem ist der jacke ist aber gleich nach wo sie sind einfach wegschmeißen wo ist er hast du keinen platz im rucksack nein das wollen die immer alles mit meine güte oder schmeißt die knauer weg dann habe ich platz hast du das bei jacke mit oder so eine so eine von mir hat dann eine andere farbe ist dann herbst okay er einmal mehr guter ist noch jetzt müssen wir erst einmal für dich wasser suchen komm wasser ich kann nur pepsi saufen ach so du bist abgekehrt oder was wir laufen rein we go looting in gorka did you come with us yes okay komm also wir laufen dann noch wie so bohr unser freund muss mal kurz ja da stehst du gut ein hirschi jetzt rennt reite doch auf dem hirsch nach bohrer bist jetzt stehe einfach nicht von der recht zu mir sehe dich nicht da bist du nicht das ist der rufe wo ist jetzt der fünfte mann ist alexander jetzt macht der übersteiger die das war ja was für munition denn die akk m die akk m kann ich mir gewöhnen stefan ja er wollte ich ja gerade gehen mach ich auch da und jetzt habe ich nach dem Platz nach nachhalt dafür ist auch gern munition um wenn ich meine münge nur das wird erst ab ist kräftig bringen kann spiel damit der es kreis wenn ich nichts anderes habe Ist die besser als die Mosin im Nahkampf? Ja, da hat er wohl recht. Das ist Rotflint. Ja, Uwe. Lass mal Cora wohl laufen, wir laufen mal hinterher. Ich hab schon keine Orientierung mehr, Uwe. Na komm mal her. Cora, laufen wir einfach der Baumreihe nach. Was will denn? Noch schöner wär in der Baumreihe. Das wär richtig gut. Ja, aber du weißt doch, ich knutsch immer gleich die Bäume. Wir haben geläfft ein Zombie. Jetzt regnet es, hilft das. Lauf hier trotzdem mal so im Rand vorbei. Ich mach das Zombie kaputt. Wie sind das? Ah, es kommt hier. Aha. Ruhig rein, bis da steht I'm completely soaked. Stefan, jetzt. Jetzt bist du sau langsam da drin, ne? Kora, du zuerst. Aber die Zombie ist auch. Wo von unserer Position aus ist denn jetzt die Straße, die nach Gorka führt? Genau vor uns. Genau vor uns, okay. Ja. Und ich wollte fragen, diese Server-Grenz-Patrouille, da ist diese Persistence an, oder? Äh, ja. Oh, jetzt fehlt das halbe Zeug wieder. Scheiße, was ist denn hier los? Habe ich jetzt mein Zeug verloren im Wasser, oder was? Ja, ja. Ja. Oh. Oh, Moment. Ich werde zu tief reingehen. Stop, stop, stop. Muss man hier jetzt links, ne? Ne, 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 ne. Da kann man es nicht mehr aufheben. Du sollst immer grau aus in der Baumreihe laufen. Du musst vier hängen. Es ist weg, Stefan. Bitte? Ist das jetzt weg? Was ist weg? Im Wasser. Ist das weg einfach? Ja, das kann weg sein, aber normalerweise liegt es am Boden. Also ich blute, hat jemand... Ihr müsst da, wo ihr entlang seid, müsst ihr... Ne, ich hab das alles im Rucksack, Scheiße. Moment, Moment. Euer Inventar aufmach und mit dem Inventar das Zeug such. Okay? Ja, ja. Okay. Du läufst immer an der Baumgrenze. Ich hab hier nur bloß Drinkwater, Scheiße. Ich hab hier nur bloß Drinkwater, Scheiße. Kannst du gleich mal jetzt aufhaken, Sora? Hast du was, oder? Hast du vorigen gesagt was? Was? Rucksack hab ich, ja. Die Waffen fehlt noch. Naja, erstmal wissen, was ich erzählen soll. Moment, im Moment versuche ich gerade hier nicht in Bäumen hängen zu bleiben. Ich hab mal ein Magazin gefunden. Hast du was, erste Hilfe für mich? Hm. Verbinde mich mal bitte, bevor ich dann gleich komplett gut bin. Ich darf an die Hand nehmen. Ah ja, wunderbar. Ich bin ja nicht mal gestern. Ja. Ein 30-Schuss-Magazin hab ich gefunden beim Schwimmen. Hm. Er tut mir was nen Rucksack aufm, aufm Rücken und der verschwindet dann einfach. Auch, jetzt hab ich aber ein komisches Rapper-Banding gehabt, gerade eben. Jemand bei der Militär-Base? Ne. Negativ. Wir wollten eigentlich da hin, aber dann doch. Ihr habt euch verlaufen. Wehme. Der liegt doch. Ah, hier liegt mein Zwecks. Hier liegt ne Place. Stopp. Ne Pistule. Ja. Ja, die von mir. Immer der Baumreihe nach. Ach toll, mein Zweck ist komplett weg. Meine Knoche ist aber oben weg, mein Gewehr. Du blühst doch immer noch mal, bist weggerannt. Haben wir mal noch mal. War doch weg. Mein Körper fühlt sich weg. Schreck. Na guck mal, hier ist ne, ne Waffe, Pistole und Magazin. Wo denn? Ab da wo ich gestanden hab, wo ich verbunden hast. Äh. Ah, hier ist meine Pistole. Ach, hier ist das Gewehr. Ich hab's gefunden, Gott sei Dank. Das Magazin, das AK-Magazin fehlt noch, aber das ist nicht so schlimm. Das müsste auch da liegen. Wo alles auf einem Haufen. Wo ist denn das mein Rucksack hin? Das gibt's ja gar nicht. Psssss. Pistole rechts, Cora. Hier teilt sich die Baumreihen in die Rechte, wo die Büsche sind. Ah, hier ist mein Zeug. Ich hab's gefunden, Gott sei Dank. ifstrower recht. Or undre rechts. Genau das versteh ich, Temmie! I am so good was ist das das Tropflaus bis ich verliere im wasser mein rucksack kam ihn aber beim schwimmen auf anziehen und hab ihn dann das muss mir jetzt mal einer klären das möchte nichts habe ich jetzt noch was so und jetzt hast du gar gar gefunden praktisch hier ist doch noch eine baumreihe ja die dürfte auch noch hinterher aber du bist praktischer in gar kann weiß die mauskind farben haben ja die alte die also die ich am anfang von euch bekommen haben die funktioniert nicht mehr so machen wir kommen weiter oder bist du jetzt brauchst du noch ein moment irgendwas habe ich meine achse pistole ach du keine ahnung was jetzt noch fehlt finde ich und gut dann hätten wir das problem auch markiert hier mit dem sachen verlieren das hat gab es aber früher schon das problem ohne zorn bis am arsch durch den see durch kann alles weg hier ist schon geloot worden oder was ich finde die achse ist extrem schwerfältig geworden und blutig aus dem kampf mit zombies rauszukommen ist nicht mehr so einfach heutzutage ja das ist ganz schön schlimm geworden ja das ist halt so hey zombie apokalypse blutest du schon wieder oder geht es nicht der spieler ist die bedrohung sondern tatsächlich der zombie wir sind erst der schirn aber sehen es hinten weil es bleibt verstehen soll es denn sein ich will hexer wo schon ne kugel ist man mag und weiter muss man christbaumarkt umspannwerk umspannwerk Ihr versteht jeder was er will, Christbaum. War jemand jetzt unterwegs zur Military Base? Ja. Bist du schon da? Ja. Noch was da? Das ist ja der Unterschied, ne? Der Yves weiß was er möchte. Ist er jetzt alleine los hier? Ja. Hier steht das Tor offen. Da ist auch schon einer gewesen. Bei Yves ist doch noch was da, oder? Ja, ja, ja. Das ist gut. Ich bin nicht lange hier. Alles offen, Uwe, alles abgegrast. Seil, Uwe, und Schweißermasken. Wieder ab. Hier, slow die Warming ab, wenn das auf den Keks geht, ey. Das wird schon wieder dunkel, Alter. Wie schnell geht denn das hier? Ja, Stefan bezahlt die Stromrechnung jetzt, dann drehen sie immer das Licht aus. Die Voldemort zurück. Das lit tem es noch mal. faint的是... Ich bin nicht gescharrt und guier nur. ...und�신 ich mich mit einem ganzen Kekrecher aus.